Einen wunderschönes neues Jahr und weihnachtliche Grüße und rutscht gut rein und ach, ich hab euch alle lieb und Pixlr ist auch wieder am Start, hallo Pixlr. Einen guten Rutsch. Das hört sich sehr toll an, also ich glaub, es hat dir jetzt auch abgenommen. Ich hab mir wenigstens etwas Mühe gegeben, um diesen Zerfall hier auf YouTube entgegenzuwirken, ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, checkt unseren Livestream ab, ich bin wieder sehr enttäuscht, wie immer, ich bin von den Menschen enttäuscht, hat keiner geguckt. Ne, Quatsch, haben ganz viele geguckt. Ja, willkommen im neuen Jahr 2023, wie wir wissen, ist alles nicht besser geworden. Äh, ja, Pixlr, wir hatten vorher vor der Show noch einen schönen Dialog, der direkt in die Show reingepasst hat, aber Pixlr konnte sein kleines Mundlein nicht zügeln. Und was ging das nochmal? Es ging irgendwie da um Frauen, es war wieder übelst schlimm. Ja, der Frauen, der Frauen-Hate, äh, hat wieder eskaliert. Oh, Hate Speech. Hate Speech. Möchtest du darüber nochmal was sagen, weil ich fand dieses Thema so interessant. Naja, ich bin ab und zu mal auf Twitter unterwegs und da werden mir halt gewisse Menschen angezeigt, äh, vorsorgsweise Frauen. Ja. Äh, die angezogen sind. Also kein Onlyfans. Kein Onlyfans, sondern echtes Twitter. Oh, jetzt bin ich schon mal wieder ein bisschen abgeturnt, okay. Mit echten Tweets, äh, nicht diese Twitter-Links, äh, zur Onlyfans. Naja, und da ist mir mal aufgefallen, dass besonders junge Frauen sehr, naja, in ihrer Doppelmoral verhaftet sind. Und ob das vielleicht an unserer Jugend aktuell liegt, hab ich mich halt selbst gefragt. Ich weiß es nicht. Es fällt mir halt nur auf, ähm, in dem Fall so eine Frau, die, äh, sich darüber beschwert, dass Nacktbilder in Social Media, ja, nicht nur bei Twitter, sondern bei Social Media halt von Männern, vorzugsweise von Männern, geschämt werden. Also, äh, ne, sowas wie, ja, die ist ja billig und sowas, so eine Kommentare drunter schreiben. Aber selber es verwerflich findet, ähm, Sexworkerin. Weil sie der Meinung ist, dass alle Prostituierten zur, also Zwangsprostitution gezwungen werden. Also pass auf, du meinst jetzt, dass sie, wenn sie ihre scheißen Bikini-Schnittchenbilder macht, äh, wo sie ein Sandwich isst und der Dillner rausquetscht und das Joghurt auf die Katze tropft, ist es okay? Aber wenn eine Frau ihren Arsch hinhält mit Arschgeruch und dann von Bildern macht und sich richtig durchflöten lässt, äh, nicht gut. Ist nicht gut, nein. Weil, ist ja gezwungen. Ist ja auch nicht gut. Nee, natürlich ist es gezwungen, ich verstehe junge Frau. Wir bösen Männern zwingen doch die Frauen dazu. Ja, 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 ich weiß, aber wir müssen, ich muss ja, ich hab mir die letzten Shows angeguckt und hab gemerkt, ja, ha, ja, ich hab sehr drüber gelacht, wieder über mich selber, weil ich hab ja mehrere Persönlichkeiten in mir, weiß ja jeder. Und ich, ich war in den anderen Shows immer so auf, ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Ich weiß, warum ihr so seid. Ich möchte nicht, nee, nee, ich möchte nicht, ich möchte nichts mehr verstehen. Ihr seid alles Wichser, so. Ich bin, ich hab mich nicht geändert. Ich bin genauso behindert wie vorher, okay. Es tut mir leid, es war gerade die dritte Persönlichkeit, die über mich tagt. Ah, das war jetzt ein perfekter Übergang, ey, eigentlich gewesen zum Video, aber ich hab keinen Bock auf das Video, weil das Gespräch gerade mit dir so schön ist. Nee, komm, lass uns einfach auswufern. Wir gehen dann einfach so rüber, weißt du? Wollen wir erstmal in die TikToks reingehen, bevor wir, äh, wieder Leute hate speechen? Ja. Auf TikTok kommt das immer sehr gut an, weil die Leute müssen verstehen einen sowieso. Das ist immer geil, wenn man TikTok-Kommentare kriegt. Das klappt dir gar nicht. Ach ja, äh, Insta bin ich überhaupt gerade nicht mehr aktiv, weil Insta geht mir ja übel auf den Sack. Insta ist so eine Facebook-aussterbende Krake, die einfach nur noch stinkt und jeder kriegt Zeit mit, dass sie da ist, aber sie stinkt halt wie Sau. Nee, Insta fühle ich null mehr. Also das ist echt ein Schmutzportal geworden, finde ich jetzt. So, alte Leute halt, Schmutzportal, wisst ihr doch, Boomer. Ich bin halt, ich bin halt mehr so ein Hipster, weißt, ich bin so ein cooler Dude, so ein richtig cooler Sugar-Daddy, der auch hier auch was von Social-Media-Kuchen auf TikTok abhaben will und deswegen mache ich das auch so, weißt du? Naja, gut. Okay, wir gehen einfach rein, ist egal, vergesst, was ich gesagt habe, wir gehen jetzt zur Echsen-Merkel. Hast du Bock auf Echsen-Merkel? Ich weiß nicht, hat man das schon mal in der Show gehabt überhaupt? Ach, ist mir egal, ich habe eh Demenz, ich freue mich über jedes, was ich hier, komm, rein da. Die Masters of Germany-Action-Figuren sind da. Ich bin Echsen-Merkel, ich werde ewig regieren. Deine Zeit ist um, hier kommt der Gottkanzler. Transformiere zum Schulzzug für noch mehr Angriffspowers. Mach die Raute, Merkel! Rauten-Power! Kann Wagenknecht Merkel stoppen? Doch was ist das, ihr Erzfeind? Los, Lobbyist! Reite den Lindner! Aber Achtung! Merkel war unvorsichtig auf der rechten Flanke. Ich schiebe euch alle ab! Jetzt muss Merkel schnell reagieren. Aktiviere den Echsen-Schwanz und lege ein Ei. Steffen Seibert? Merkel hat es wieder geschafft und alle ausgetrickst. Haben wir was verpasst? Die Masters of Germany-Action-Figuren. Neu! Vom Browser-Ballett. Ja, fühle ich. Das ist echt gut, ja. Ex-Merkel, ja, ja, auch echt schön gemacht. Und die Sound-Code, ja, wir lassen es einfach so stehen. Wir sind nicht politisch verausgabt, also. Ach komm, wollen wir noch ein paar Weisheiten mit Herr Winkler? Willst du eine Weisheit mit Herr Winkler hören? Yes. Weil Herr Drachenlord kriegt ja eine Netflix-Serie. Haben wir ja letztens schon gehört gehabt. Ja, das ist so, wie ich es gerade sehe, wie die Medienwelt gerade aufspringt. Auch die Podcasts, auch vor allem die True-Crime-Podcasts, die ich so nebenbei mal so höre, behandeln jetzt mittlerweile auch solche Themen. So ungerecht, Mobbing und so eine Scheiße. Und da habe ich jetzt schon im zweiten oder im dritten Podcast gehört, wie sie über einen Drachenlord reden und überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Es wird so sein, dass die Hater leider verlieren werden. Ist so. Tut mir leid, lieber Hater. Das wird alles so queen gewasht. Der Drache wird euch am Ende fisten. Aber er wird trotzdem draufgehen. Also er wird draufgehen. Also das, was ihr wollt. So, komm, wir hören mal rein. Herr Winkler. Ja, ich bin fett, aber ich bin immer noch ein intelligenterer Mensch als du, denn ich muss dich nicht beleidigen. Du Scheiße. Das war Herr Winkler. Das war ein Weisheit mit Herr Winkler. Finde ich gut. Aber, ja, scheiße. Aber wir brauchen noch irgendwas Normales. Wie kommen wir jetzt vom Winkler? Ach ja, zu Hunden. Hier, pass auf, hier in New York, U-Bahn hier, ist verboten, seinen Hund mit reinzunehmen in die U-Bahn, außer er passt in eine Tasche. Und die New Yorker, die lassen sich dann nicht lumpen. Guck dir mal die Hunde an. Da. Ein wunderschöner Hund in so einer kleinen Tasche. Da ist auch noch ein Hund. Da haben wir einen kleinen Hund. Und da ist noch ein ganz kleiner Hund in der Tasche. Und noch ein großer Hund in der kleinen Tasche. Taschen für Hunde. Ja. Schon verrückt. Ja. So. Wunderschön. So kann man das, ich glaube in Amerika gab es auch irgendwie in Texas oder so, dass man nach 18 Uhr sein Eis nicht mehr im Rucksack transportieren darf. Gab es auch mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt Texas war, aber es gab auch so eine Regel. Ja. Nicht verrückt. Jetzt gehst du in den Knast. Haftknast. Ich habe mal gehört, dass die Amerikaner sich, was Regeln so angeht, sowieso nur nichts drum scheren und es sehr gerne ignorieren und da sowieso nichts passiert. Beste Beispiel, was ich gesehen habe, war Los Angeles. Drumherum ist ja Wüste. Und da gibt es Schilder, dass du in der Wüste nicht deinen Müll entsorgen sollst. Wenn du aber da hinfährst, dann siehst du, es ist praktisch eine Müllkippe. Das haben sie nur reingeschrieben, um sich abzusichern. Du siehst Kühlschränke, Autoteile und sowas alles. Also die leben in unserem Lifestyle plus am Sandstrand. Das muss aber ins Meer, das Zeug. Ja, ne? Na gut, irgendwann kommt das Meer ja wieder mal zurück, auch in die Wüste. Aber man sagt doch, Wüste war doch mal mehr. Sehr raffiniert. Ja, man sagt auch, der Mars war mal unser Mond. Ne, sagt man was? Ne, gesagt. Ja, Leute, ihr könnt da einfach, Hobby-Astronauten könnt ihr mir gerne nicht schreiben. Ist mir scheißegal. Was hältst du überhaupt von Astro? Astrologie? Nicht Astromie. Astronomie. Nicht Astro, diese Karten. Du meinst Horoskope und sowas. Ja, Astro ist ja eigentlich Sterne gucken. Ja, Sternbilder. Ja, ja, so Sterne, so, so, jetzt hätte ich fast Hyroglyphen gesagt. Da könnte ich dir jetzt einen Schinken oder einen Kotelett an die Backe quatschen. Nein, 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 nicht deine zurückgebliebene Persönlichkeit jetzt aufdecken. Du sollst mir einfach sagen, glaubst du an diesen ganzen Dreck? Ohne, dass ich dich jetzt beeinflusse, dass es Dreck ist. Also du meinst jetzt, was Horoskope für Charakter, also Menschen, also Horoskope für Charaktereinschaften von Menschen. Sag einfach ja oder nein. Je nachdem, welchen Weg du jetzt wählst, wird sich das Gespräch verändern. Ja, es ist schwierig, weißt du, wieso? Weil die Dinger sehr allgemein geschrieben sind. Also es passt auf jeden in irgendeine Art und Weise. Ja, also es ist Schmutz. Es sind wissenschaftlich belegte Brötchen. Ja. Also Pixel, aber du musst es ja wieder so sehen, wenn man dran glaubt, die Leute haben ja ein Glaube, was sie antreibt. Und Sinnhaftigkeit im Leben ist ja so wichtig. Ist ja allgegenwärtig, braucht man ja. Und wenn ein Mensch an so etwas glaubt, ist das was Gutes? Weil ihn das antreibt oder irgendwie sein Leben zu bewältigen? Ist doch was Schönes, oder? Für den Menschen. Ja. Und was ist, wenn dieser Mensch permanent aner Mensch damit auf den Sack geht? Ja, das ist denn dieses Missionieren. Das mag ich auch nicht. Okay, dann sagen wir dazu. So. Okay, das musst du stehen. Gut, Pixel. Gut, hast du nochmal richtig dich rausgeredet. So, wir haben eben was gesehen. Wir müssen jetzt über ein Video, ich muss mich vorher schon entschuldigen, weil das Video haben wir jetzt nicht gesehen. Wir reacten jetzt quasi. Wir machen jetzt mal Reaction. Live-Reaction. Ne, mal, sonst schaue ich ja immer vorher alles und das rufen wir mal an die besten Stellen raus. Deswegen sind wir hier keine Reaktoren. Weißt du? Jetzt sind wir offiziell Reaction-YouTuber. Ne, wir reacten das nicht komplett. Ja, Pixel hat wieder übelste, ordinäre Sachen gerissen vorher. Das ist jetzt nicht erlogen von mir. Ich weiß, ihr denkt immer, ich erzähle euch immer Scheiße und das ist nicht so. Aber Pixel hat übel abgerotzt und da habe ich gesagt, Pixel, das können wir in unserer vierschichtigen Show, so wie wir immer aufdecken, wie die Lasagne am Ende den Glasboden nähert. Können wir das so nicht zeigen. Und das ist nicht unsere Art. Wir holen uns einfach mal rein. Bist du da auch mal einer Meinung? Gehst du da konträr? Ich gebe schon mal eine Warnung raus. Wenn ihr Piepen hört, nachträglich, dann tut es mir nicht leid, Alter. Dann tut es mir leid. Ich werde es nicht piepen, weil ich faul bin. Das bezahlst du. Oh, diese... Ach komm, Scheiße. Wir spinnen's ab. Erinnerst du dich jetzt gerade, wen ich jetzt in unserem Gespräch alles kennengelernt? Oh, wartet, wartet, Leute, für die uns ein Podcast hören. Trigger-Warnung, psychische Erkrankung. Ey, das sollten wir vielleicht auch bei uns immer dran schreiben. Ist ja so, weil unsere Themen sind ja meistens so heikel und gehen ja so sehr in die Materie rein oder auch nicht, je nachdem, wie man das beleuchten möchte. Das ist auch psychische Erkrankung, ja. Also wir, also die Moderatoren haben psychische Erkrankungen, müssten wir eigentlich als Trigger-Warnung reinschreiben. Das Video läuft vier Sekunden, ich musste schon pausieren. Ist das eine gute Reaction? Macht man das so? Nee, 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 eigentlich lassen die Reaktor das fünf Minuten laufen und sagen, lustig. Ja, okay, das machen wir nicht. Wir schauen uns mal die ersten Minuten an, je nachdem, wie erhaben wir sind. Komm. ... gelernt habe. Du hast auf jeden Fall mehrere kennengelernt, deswegen, ich kann mich auch nicht an vieles erinnern vom Gespräch. Also immer nur so Bruchteile, wo ich dann wieder da war. Kennt ihr das? Wenn man so Selbstgespräche führt, also ich mache das relativ oft, entweder in meinem Kopf oder ganz laut, aber eigentlich antwortet da niemand bei meiner Gästin. Ich mache das auch immer, ganz, ganz laut. Hast du auch so Gedanken? Es gibt, ich glaube, 40 Prozent oder so, ich hatte letztens mal wirklich ohne scheiß eine Studie gesehen, dass es gewisse Leute nicht können, mit sich selbst zu reden. In Gedanken. Nein. Also die müssen es laut aussprechen, meinst du? Nein, die können diese Dialoge nicht führen. Die führen diese Dialoge mit Bildern oder so, wenn überhaupt. Die stellen sich Sachen vor, aber sie haben keine innere Stimme. Schreibt drunter, habt ihr innere Stimmen und die schreien, dass ihr euren Nachbarn ermorden sollt, habt ihr solche Stimmen? Würde ich jetzt wissen, schreibt es drunter. Ich warte jetzt, bis ihr fertig seid mit Schreiben. Ah, das ist ja kein Live-Scheiße. Jetzt hast du uns wieder reingeredet. Hast du so eine Stimme im Kopf? Oder so eine gewollte Stimme? Nein, habe ich nicht. Echt? Du kannst keinen Dialog mit dir selber führen? Ich fühle den Dialog, aber ich muss ihn laut führen. Also ich rede mit mir selber, also ein lautes Selbstgespräch. Weil ich habe nicht so eine Stimme, wenn man, also weiß, was du meinst, aber das habe ich nicht. Ich bin echt enttäuscht. Das habe ich nicht. Wisst ihr, was ich immer gerne mache, auch wenn ich mit Leuten rede, um die dann zu verarschen? Ich rede mit denen ganz normal und dann beende ich den Satz nicht. Also mit einem Satz höre ich auf zu reden und rede mit meiner Stimme immer im Kopf weiter und dann fange ich irgendwann wieder an, normal zu reden. Aber nur, dass ich den Dialog gehört habe, den ich erzählt habe. Das ist übelst cringe, Alter. Das bringt jeden übel, macht übel, macht dich kaputt. Das mag ich. So. Aber das ist ja nur verarschen. Aber ich führe viele Dialoge mit mir selbst. Hey, na süßer, darf ich dich heute Nacht anfassen? Dann denke ich mir, oh, da macht sich aber jemand an mir ran. Geil. Ich möchte es jetzt aber nicht. Weißt du, solche ganz normalen Gespräche habe ich im Kopf. Und mehrere Persönlichkeiten natürlich habe ich auch. Nee, Pixar habe ich mehrere Persönlichkeiten. Weil jetzt auf den ersten Blick, du kennst mich ja jetzt schon intim. Mehrere Persönlichkeiten, schwer zu sagen. Hat nicht jeder mehrere Persönlichkeiten? Nee, ich denke mal nur mehrere Phasen. So, wenn er müde ist, wenn er Hunger hat, wenn sie ihre Tage hat, sowas halt. Oder Zustände. Ja, es würde, glaube ich, eher zu Zuständen passen. Jeder hat mehrere Zustände. Wisst du, was ein Zustand ist? Gut, böse, sauer. Deine Bude ist ein Zustand. Meine Bude ist ein Zustand? Ach, da. Ja, nein, ich wollte darauf ausspielen, dass deine Bude wie ein Messi aussieht. Aber das weiß ich ja nicht. Lionel Messi? Lionel Messi. Gibt es denn überhaupt noch den alten Kriegsverbrecher? Was? Wer hat das gesagt? Nee, war ein Fußballer oder so, gell? Habe ich mal gehört, aber ich weiß es nicht. So kommen wir uns jetzt die mehrere Persönlichkeitsshow an, hier von auf Klo. Heute ist das etwas anders. Und zwar, Corinna, schön, dass du da bist. Du beziehungsweise ihr habt eine dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, in dir beziehungsweise in euch wohnen mehrere Persönlichkeiten, richtig? Genau, ja. Ich möchte jetzt wissen, ob diese mehrere Persönlichkeiten auch mehr Platz fordern in meinem Körper, dass ich meine Organe, dass die größer sind. Weil sonst lege ich nämlich, ja, nee, sonst lege ich nämlich meine mehreren Persönlichkeiten auch ab. Das ist gerade ja übergesichtig. Was ich gerne wissen würde ist, wie ist es mit Essen? Ist die dann mehrmals? Was? Also jetzt zum Beispiel, du willst jetzt Mittag essen, ja? Plötzlich springt da eine andere Persönlichkeit rein, schaufelt sich irgendwas rein, dann springst du wieder zurück, weißt gar nicht, dass du schon was gegessen hast und isst dann nochmal? Ist doch ekelhaft. Aber ich muss sagen, wo du das gerade erwähnst, ich habe auch eine, ich habe auch schon mehrere Persönlichkeiten. Weil immer wenn ich schlafe, habe ich eine vegane Persönlichkeit. Da esse ich kein Fleisch. Verstehst du? Dann bin ich Veganer. Und Nichtraucher. Das ist gut auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, 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 scheiße. Ich habe doch mehrere Persönlichkeiten. Erstmal bin ich vegan, wenn ich schlafe. Und ich bin Nichtraucher. Das ist krass. Warum kann ich das nicht über meine Wachphasen drüber hinauslegen? Ich muss mich, denke ich, mal ernsthaft unterhalten mit diesen zwei anderen Persönlichkeiten. Dann müssen sie im Schlaf aber irgendwie gucken, dass sie da nicht tätowiert sind, weil sonst wären sie kriminell im Schlaf. Oh oh. Ich muss mich noch einmal abchecken, ob ich nicht doch irgendwelche Tattoos habe im Gesicht. Scheiße. Ach, ist das so richtig, dass wir eine Show gucken, die 14 Minuten geht und in den ersten 40 Sekunden schon fünf Minuten Scheiße geredet haben drüber über irgendwelche Menschen, die da wirklich ein Anliegen dran haben und die sich wahrscheinlich auch so fühlen, sonst würden sie ja nicht in so eine Show gehen, die damit zu kämpfen haben. Ist das nicht widerwärtig? Es ist, also, wir können uns davon freisprechen, es ist öffentlich verfügbar, es ist von Steuergeldern, also, Quatsch, nicht von den GZ bezahlt, also, hey, öffentlicher Content. Aber das ist verwerflich, was wir machen, weil wir Hate Speech machen, in jede Richtung. Wir hassen alle Leute. Wir diskriminieren nicht einen, sondern alle nicht. Wir reden nur über alle. Ja, na gut, ja, so kann man es auch. Ob ihr Schwarz, Weiß, Pink, Pfirsich seid, vielleicht fühlt ihr euch auch am Montag als Zitrone und eure Bockwurst in der Hose ist aufgeplatzt. Wir hassen euch alle gleich. Denn uns sind alle Menschen gleich. Soll ich jetzt weiter abspielen oder wollen wir jetzt einfach das Thema wechseln? Komm, eine halbe Minute geben wir noch, oder? Eine Minute zehn, schaffen wir das? Pixel, schaffen wir das, bis eine Minute zehn nichts zu sagen? Es sind noch 30 Sekunden. Bestimmt. Okay, komm, wir nehmen alles. Ja, komm, wir versuchen es. Warte, dann müssen wir auch vorher ein Biscuit los. Oh, wir bauen meine Hose. Sächlich, wer vorne ist, weil sich viele von uns eher ich-bezogen fühlen, also schon eher als eine eigenständige Persönlichkeit. Also die sind dann, ich sag mal, die Anteile sind so weit voneinander entfernt, dass sie sich wirklich nur eigenständig sehen können. Soll ich für unser Gespräch auf was Bestimmtes achten oder gibt es einen Moment zum Beispiel, wenn so eine Persönlichkeit switcht, wo du was Bestimmtes von mir oder von uns brauchst? Hm, normal reagieren. Hm, das ist ganz wichtig. Also am besten nicht irgendwie, ähm, huch, was war das? Weil dann kriegen wir direkt so dieses Gefühl, scheiße jetzt. Also was viele nicht wissen, Multiple Persönlichkeit ist ein System, das darauf aufgebaut ist, nicht aufzufallen. Was entsch... Hä? 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 Also sag, ach, 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 ah, okay, ich mach nämlich manchmal auch einfach den Klaus Kinst hier und schrei einfach rum, allerdings sind mal Tourette. Das war Tourette-Photze. Was? Entschuldigung. Oh Gott. Also wenn ich jetzt Leute beleidige, möchte ich nicht, dass sie mich darauf hinweisen, dass ich die Leute beleidige, weil das ist meine zweite Persönlichkeit. Warum ich gerade lachen musste, ist für alle Leute, die den Podcast nur hören, ihr könnt ja die Frau halt nicht sehen, die diese Störung hat. Und zwar, sie hat, sie ist zutätowiert und hat Gesichtstattoos. Ja, das ist natürlich schlimm. Und sie meinte gerade nicht auffallen und mit Gesichtstattoos tut man genau das Gegenteil, man fällt auf. Und mein Gedankengang ist, weil sie meinte ja, ihre Persönlichkeiten sind so weit voneinander entfernt, dass sie eigenständig sind. Und da dachte ich mir so, hm, eine Persönlichkeit von ihr muss Montana Black sein, so wie die aussieht. Na, Monta hat ja komplett neue Zähne. Ey, ich hab nicht mal den Klaus Kinski hier, das ärgert mich sehr. Oh doch, warte. Nee, komm Pixel, jetzt machen wir nochmal einen Kinski, komm. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Palsche genommen und hat ihm in die Fräse gehauen. Das hat er gemacht. Du dummes Sau. So, Pixel, ja, ja. Okay, lass mal das Thema bei, 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 äh, stehen. Oder? Ja, ich glaub. Egal, was du sagst, diese, äh, diese zwei elfenhaften Wesen, äh, werden schon ihre Gründe haben. Dabei ist es ein guter Einstieg, den sie gemacht haben zu dem Thema in unter zwei Minuten grob umrissen, worum es geht, also. Wir haben eine Minute, ja, nein, wir haben eine Minute zehn gehört, davon waren 40 Sekunden Trash und wir haben die anderen sechs Minuten drüber geredet, wie cool wir sind. Ja, aber die, die, die Betroffene hat ja trotzdem in der kurzen Zeit geschafft, kurz zu umreißen, was das für eine Krankheit ist. Respekt. Also, es gibt 2733 Likes und 3114 Dislikes. Ich hab, ich hab gedisliked. Warte, warte, ich zeig's euch nochmal, da gibt's nochmal so ein cooles, nee. Bei Dislikes kommt gar kein cooles Symbol. Bei Magisch geht das, da kommt hier, oh, voll hier, Daumen, oh, geil, Druck drauf, da Flipp da Daumen bei Dislikes. Ach ja, stimmt, da ist ein Add-on, man sieht das ja nicht mehr auf YouTube, vergesse ich immer wieder, dass man nicht sehen kann, wie viele Dislikes. Ah, jetzt ist auch wieder so eine, so eine Scheißkultur, jetzt hier, äh, äh, oh, Negativität, oh, sieht man nicht mehr, weggemacht. Gibt's da Kommentare drunter unter dem Video? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, das haben sie drinnen. Maria, du materierst so sympathisch, zugewandt, reflektiert, du bist eine Schätz, du bist ein Schätzchen, oh, Schätzchen. Oh, sexuelle Belästigung lese ich hier raus. Mhm. Ich finde das so cool, wie Maria bei dem Switch zu der jüngeren Persönlichkeit reagiert. 5 Minuten 53. Ich sollte mal, ich sollte mal, ich sollte bei Amazon die Roboterstimme machen. Hast du das gesehen, wie geil ich das kann? Hast du das gehört? War doch schon roboterhaft, oder? Jede KI wäre neidisch. Obwohl man am Anfang ein wenig in ihrem Gesicht gesehen hat, Komma, Leerzeichen, dass sie kurz verwirrt war, hast sie einfach weiter über die Kuscheltiere. Komm, wir hören mal rein. Das höre ich noch an. Sweet. Fühlen wir das? Ja. Ich liebe Kuscheltiere. Ich weiß nicht warum, aber mein Herz geht da so richtig auf. Ich sag's auch. Bei euch auch. Sweet. Weißt du, wie der heißt? Ey, das mach ich auch, aber ich nenn das bei mir ne Macke. Will ich n Hund seh, oder hab ich nix gesehen? Wenn ich n Hund kuscheln will, was, sie sind blind und haben es nicht gesehen. Hast du nicht, also ich hab diesen Switch nicht gesehen. Für mich sah das jetzt nur so aus, wie ne Frau so, oh, das sind ja Kuscheltiere. Nicht, dass die Persönlichkeit geswitcht hat. Ganz schnell. Warte, 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 sie suppert dann. Moment. Wir hören uns, wir machen ab 5.40. Warte, hier hat sich grad alles versteht, weil ich hab gedacht, du hast wieder rumgeogert. Moment. Warte. So. Oh mein Gott, ich weiß ja, scheiße. Gott, viel zu. Ich kenn das dick in the box. Gefällt mir. Ein Kuscheltier. Ja, oh, zeig ja. Sieeees. Wow, so süß. Cute. Das ist, denke ich, für die kleinere Persönlichkeiten auf jeden Fall. Ja, ist schön. Ja. Sweet. Fühlen die das? Ja, das ist... Ich liebe Kuscheltiere, ich weiß nicht warum, aber mein... Ich glaub, die Linke hat ne andere Persönlichkeit gerade, oder? Ja, ich glaub auch. Also, keine Ahnung, was der Kommentar da geschrieben hat, gemeint hat. Ich kann's nicht sehen, aber... Ach, ich glaub, die kommentieren selber. Hey, ihr Traubsies. Viele liebe Grü... Wo ist denn hier der Headspeech? Kleiner Hinweis. Mir ist aufgefallen, dass ihr Infobox... Ach, leck mich da am Arsch. Das ist ein richtig guter Beitrag. Oh, oh, offen und ehrlich. Corinna ist sehr sympathisch. Lachsmiley. Super wichtiges Thema. Hashtag egal. Lachsmiley. Danke, Komma. Dass ihr euch mit den Diss und... Kackhaufen. Daumen nach oben. Hab ich jetzt hinzugefügt alles. Hä, haben die das gesehen? Ich hab keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße? Vor allem, man merkt halt, pass auf. Es ist halt komisch, dass hier nur positive Kommentare stehen, wenn 2700 Daumen nach oben sind, 3100 nach unten, dann müsste man eigentlich so 50-50 Minimum sehen. Aber anscheinend werden die anderen Kommentare, die sagen, hey, ihr seid verrückte kleine Naschkatzen, werden halt das Info zu Linsie so reduziert. So, das war jetzt genau das Fachbegriff. Ja? Nein, wir wollen natürlich jetzt uns nicht lustig machen, aber Leute, die das wollen... Ach, ich könnte mir... Ich geh weiter. Ist das mir egal. Du bist ein Pimmel. Komm, hier. Du bist so ein Pimmel. Haha. Ah, Sommerke. Ey, das könnten wir uns eigentlich, das ist ein gutes Meme, oder? Das hat der Sommerke wirklich gesagt, ja. Ja, das ist ein gutes Meme. Du bist so ein Pimmel. Ja, so bezeichnete ein Twitter-Nutzer den Hamburger Innensenator Andi Grote Mitte 2021. Und dieser Kommentar unter einem Tweet von Andi Grote hat hohe Wellen geschlagen, führte zu einer Hausdurchsuchung mit sechs SEK-Beamten, die sich dann alles vereinleibt haben, was irgendwie nach Technik... die sich alles, äh, naturell vereinleibt haben in ihren, äh, Gesäßmuskel-Schließ-Hashtag. Und zwar darfst du Politiker in der Öffentlichkeit nicht beleidigen oder diffamieren, weil sonst das BKA bei dir einrückt. Leider ist das so. Darf ich Ihnen sagen, dass ich ihre Haut streicheln will? Und ich hab mal eine Bekannte gehabt, die hat beim BKA in Berlin gearbeitet und die hat mir das auch geschrieben gehabt, privat, meinte so, ja, äh, ab dann und dann gilt eine neue Regelung. Bitte aufpassen, was du im Internet, äh, über politische Sachen schreibst, äh, das und das bitte sein lassen, wenn du, äh, nicht willst, dass irgendwelche Leute bei dir vorbeikommen. Das ist wirklich so. Hä? Und was soll ich sagen, sie ist eine Senfgurke? Naja, ist ja keine Beleidigung. Also wirklich Beleidigung, wenn du, ne, Jürgen Piep jemandem sagst. Ja, warte, du wolltest das hier, warte, 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 du bist so ein, äh, Jürgen Hurensohn. Und Jürgen Hurensohn, wenn einer wirklich so heißt, weil ich den da zitiere. Das ist dann ja was anderes, aber wenn du es als Beleidigung gemeint hast und das ist ein Politiker, also ein Großpolitiker, ne, der öffentlich halt irgendwo ist, dann kann es passieren, wenn denn du gemeldet wirst oder jemand, also entweder die Plattform das meldet oder jemand, der deinen Tweet nicht mag oder sowas, dich dann meldet, dass dann Leute vor deiner Tür stehen. Warum auch immer. Aber. Was ist denn jetzt mit dem Pimmelgate? Wisst ihr jetzt, was passiert ist? Ich hab's nämlich nicht geschaut. Ja, da hat ein Mann, äh, diesen Berufspolitiker, du bist so ein Pimmel, gesagt und der hatte Polizisten, SEK-Beamte vor der Tür. Und SEK ist nicht lustig, wenn man die zu Hause hat. Haben die jetzt vom SEK auch ihren Pimmel gezeigt? Haben die, standen sie sich auch gegenüber, haben geklingelt, hey, zeigen sie uns unseren Pimmel. Ne, ihren Pimmel, uns, ihren Pimmel. Ich glaub, die haben den, äh, du bist ein Pimmler, geteabackt, aber richtig. Ey, es war übel lustig, wenn die Bullen ohne Hose kommen, du siehst nur die Pimmel und die teabacken, pimmeln dich dann. Die haben ihn anders gepimmelt. Das wäre Satire. Ne, das wäre schon wieder irgendwas anderes, das wäre komisch. Die haben ihn anders gepimmelt. Ach, Pixel, das wird, äh, das wird ja alles nur noch. Okay, wir gucken mal in die Kommentare rein, äh, ähm, ja, ähm, Pimmelgate-Verfahren eingestellt, zu klein für die, äh, fürs öffentliche Interesse, das ist gut. Das ist gut. Ja, aber bei ihm war SEK zu Hause, das ist unentschuldbar. Also wegen so einer Scheiße eine SEK bei dir einreiten zu lassen, das ist unentschuldbar, sorry. Hätte man mal lieber die ganzen SEK-Beamten nach Berlin geschickt, ja? Hm. Weil es ist kein Witz, äh, SEK-Beamten. Ach so, du, du, du als Berliner, du hast ja mitbekommen, dass da Migranten rumgerannt sind und, äh, uns eigentlich, ja, scheiß auf Politik und wir sind die voll die Babas und so. Was sagst du da drüber? Gefällt dir das? Meinst du jetzt zu dem einen Feiertag, den wir hatten? Ja, wo so halt dieses Stadtteil komplett, äh, ja, eskaliert, wo sie die Feuerwehr reingelockt haben. Also ich wohne ja in diesem Stadtteil und der Witz ist, ich hab dir ja doch mal geschrieben vor, äh, vor dem Feiertag, mehrere Tage schon davor, äh, dann und dann, die fangen ja schon an. Krieg ist in mir. Das war ja, das war nicht ironisch gemeint, das ist wirklich so. Aber es ist nicht nur in, in dem Stadtteil, sondern in ganz Berlin gibt es Teile, auch in, wo auch betuchte Leute wohnen, da wird's Silvester, das ist schon seit zig Jahren so, seit mindestens zehn, wenn nicht sogar länger, äh, das sind die Jugendlichen, das sind meistens Jugendliche, junge Erwachsene. Ja, hab ich gesehen, ja. Die machen Raketenschlachten, schießen sich, äh, mit Vogelschrecks ab, ähm, mit Raketen schießen die sich gegenseitig ab. Ja, die sind aber auf Rettungswagen und so gegangen und auf die Feuerwehr. Das, das hat eine neue Qualität, dass Menschen auf Rettungswagen losgegangen sind, gibt's in Berlin auch schon, das ist auch leider schon ein trauriger Trend, aber nie zu Silvester so. Die haben ja wirklich Mülltonnen angebrannt, also angefackelt und auf die Straße gestellt oder andere Sachen angefackelt, dass sie da anhalten, dass die Feuerwehr anhalten muss. Dann hab ich halt gehört, dass es dann ein Böllerverbot deswegen geben soll, da dachte ich mir, alter, wollt ihr euch verarschen? Ja, das ist... Nee, ey, das hat, das hat nix mit Nazi-Rechts oder sonst was. Komplett Schwachsinn. Wenn du dich nicht benimmst in unserem Land, dann entweder sollst du abgeschoben werden oder du sollst direkt vor das Gericht. Fertig. Ja, das Problem ist ja, die Leute, die das ja gemacht haben, die haben zwar einen Migrationshintergrund, sind aber hier geboren. Ja, ist mir egal, dann sollen die ihrer Eltern so viel Strafe zahlen, dass die nicht mehr glücklich werden. Das ist mir so scheißegal. Das kann nicht sein. Ich kann dir was Interessantes erzählen. Vor zig Jahren ist mir passiert, da war ich zum Beispiel Mitte 20, bin ich nach Hause und das war nachts von der Silvesterfeier, steig Uber, ne, raus durch den U-Bahnhof und da war ein Kiosk. Das haben Leute gemacht, sind da eingerannt, haben Feuerlöscher genommen, haben die Scheiben kaputt gedämmert von dem Kiosk, sind rein, haben dann, musst du vorstellen, mehrere Ikea-Tüten, die großen, vollgehauen mit Zigaretten, Stangen und sind rausgerannt. Weil in Berlin, wenn da Silvester ist, die Polizei ist überall, aber nicht da, wo sie sein müsste. Weil wenn du in Berlin Silvester die Polizei rufst, da eine halbe Stunde dauert es, bis du überhaupt einen Streifenwagen vorbeifährst. Ja, ist doch verständlich. So, und Kioske, Spätis, alle diese kleinen Läden haben dann, die barrikadieren schon, also, ne, die machen schon zu und alles. Aber, ey, fünf, sechs Leute. Das kann nicht sein. Die räumen so einen Laden in zwei Minuten aus. Ja, ey, das kann nicht sein. Das ist hier leider nicht. Keine Ahnung. Das, wie gesagt, das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder so zu tun. Wenn's Deutsche machen, die sollen in den Knast. Wenn's Ausländer machen, die sollen in den Knast. Oder abgeschoben. Ist mir scheißegal. Es geht einfach nicht. Gleiches Strafrecht für alle. Ja, gleiches Strafrecht. Bist du menschlich ein dreckiger Bastard, dann bist du menschlich ein dreckiger Bastard. Und dann sollst du auch ordentlich verprügelt werden von unserem Gesetz. Guck mal, und das Verbot bringt ja sowieso nichts, ob ich jetzt knallen darf oder nicht. Nichts trifft ja nur die Falschen. Na eben, vor allen Dingen diese Leute besorgen sich ja ihr Knallzeug ja nicht in Deutschland. Für die sind die Böller Kinderkracher. Die haben Schreckschuss. Das muss man mal so sagen. Schreckschuss mit Vogelschrecks oder tschechische oder polnische Böller. Ja. Man kennt's. Die kleinen trotzdem. Komm, ich hab keinen Bock über. Moment, ich muss abkotzen. Nee, Tim Gabel, was war denn da? Ach ja, Weetalk. Junge Männer. Nee, interessiert uns aber nicht. Willst du das echt hören von Tim Gabel? Junge Männer. Er guckt doch, guck mal. Wie er guckt. Bist du so betroffen? Ja, er hat jetzt, pass auf, das ist wieder so leise, weil Tippen wieder hier, der hächelt wieder. Worüber ich mich freuen würde, ist, wenn vielleicht viele junge Männer da draußen vielleicht auch einfach checken, ob es ein teures Auto ist, ob es ein gut bezahlter Job ist oder ob das irgendwie schöne Klamotten sind, teure Uhr oder whatever. Das alles an und für sich sind für dich schöne Sachen. Aber dieses Jagen nach Status, das führt ja nicht dazu, dass du dich verbundener fühlst mit den Menschen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das führt dazu, dass du noch eine viel größere Distanz hast. Aber eigentlich jagst du ja diesen Sachen hinterher, Geld, Status und materiellem oder auch gutem Aussehen, in der Hoffnung, dass du sozial attraktiver bist und eine höhere Zugehörigkeit... Langweilig. Okay, Hummer hat gesagt, langweilig. Weißt du, was der Hohn an der ganzen Sache ist? Das sagt derjenige, der die Sachen, die er da aufgezählt hat, der selber hinterhergejagt ist. Ja, er weiß es auch. Als junger Mann. Ja, er weiß es jetzt aber, dass es nicht alles ist, weil jetzt hat er seine Schäfchen im Wasser liegen, auf dem Rücken. Er hat jetzt eine Million ausgegeben für eine übelst krasse App. Oh, da ist er, die übelst krasse App. Ich hab mich da beworben jetzt bei der App. Warte mal. Oh, geil. Das ist mein scheiß Smartphone. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob die was zurückgeschrieben haben. Warte mal. Wir gucken mal live. Moment. Wir müssen uns von Xiaomi sponsern lassen. Xiaomi, beste Smartphones, die es gibt auf dem Markt. Apple ist dreck, Samsung ist dreck. Alle anderen sind dreck. So, das war die Werbung. Verdammt. Warte, warte, warte. Ich hab mir auch Notizen zu der Show gemacht. Warte mal. Ich muss mal kurz mit meinen Notizen durch. Gollum, seine Großmutter. Was ist denn das, Alter? Was? Ach, scheiße. Was hab ich denn da gemacht? Das ist nämlich das Schwimmer an solchen. Ja, wenn du was für die Show planst und machst dann nur kleine Notizen. Da kickt die vegane Persönlichkeit rein. Hör ich gerade raus. Ja, ja, pass auf. Ich weiß schon wieder, um was es geht. Ich muss mir nämlich den Text dazu durchlesen, weil ich bin ja nicht so ein Triebtätler, der nur einfach zwei, drei Wörter hinschreibt. Ich hab da ausführliche Notizen dahinter. Aber das wird ja jetzt gerade nicht zu der Show passen. Warte mal, warte mal. Ich will mal erwarten, das passt zu der Show. Später vielleicht, wenn ich es nicht wieder vergessen habe. So, warte mal. Wir gucken mal. Ich hab mich da beworben. Willkommen. Penispumpen. Was ist denn das? Vielen Dank für den Kauf, dass ich Margetto 3000 in den Arsch... Was? Das geht euch gar nichts an. Ich hab mich mit irgendeiner... Ach, ich hab mich mit der Fanadresse. Oh, hier. MCI heißt sie. Bestätigung. Sie, was ist Ihre Anmeldung? Okay, ja, ich möchte an... Ja, gut. Ich bin angemeldet, aber ich hab doch nicht die ersten 500 Worte irgendwie auserwählt. Okay, ich hab nichts Neues dazu bekommen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier die App. Ja, diese hochintelligente App. Die, ja, die Fitness-App. Komm, wir gucken mal rein, was die so kann. Die kann denken. Jetzt sind wir drin. Eine Stunde dreißig. Montag. Heute. Hier. Seht ihr jetzt. Front Squats stehen auf dem Programm. Wenn ich mir Bock hab, ich hab keine Ahnung, wie die Übung geht. Jetzt hab ich eine 3D-Animation, die wir mit den Suits von FIFA, die FIFA auch für Hypermotion-Technology benutzt, haben wir das benutzt. Ihr könnt... Ah, FIFA sieht doch nicht so eklig aus. Eine Frage. Ist es normal, dass die Hände so komisch abgeknickt sind? Ja, es ist halt FIFA. Da hat's schon recht. Das ist die Hypermotion-Software von FIFA. Hä? Aber dafür, für eine Lizenz von EA, Alter, das kannst du dir noch niemals leisten. Vielleicht hat der die 980.000 bei FIFA für eine Lizenz reingesteckt und den restlichen hat er einfach so hingeschrieben. Vielleicht sind die Animationen auch mit einer Fan-Mod entstanden aus dem FIFA-Spiel. Ich würde es viel geiler finden, wenn es Tim selber macht, vormacht. Weißt du? Ja. Seine App. Ja, warum macht das nicht? Genau. Eigentlich wäre das cooler. Soll ich dir sagen, warum? Weil Front Squats absoluter Dreck sind. Jeder, der Front Squats macht, ist der absolute Anal-Berserker im Blutrauschen. Er sollte sich mal seinen Schließmuskel verschließen lassen. Das ist einfach nur die letzte Übung, die ich machen würde. Für einen, wenn Leute jetzt kommen hier, 16, 12, 18, 20 Jahre, die noch nie wirklich trainiert haben, selbst wenn du das ewig machst, Front Squats, verdammte Scheiße, ich raste aus. Oh, war der falsche Knopf. Egal, wir gucken mal da. Hier seht ihr natürlich kein Xiaomi-Smartphone. Hier seht ihr irgend so ein Apple-Gedöns. Das nicht kaufen. Ekelhaft. Haben wir das benutzt? Ihr könnt hin und her zoomen. Ihr könnt euch alles angucken. Könnt ganz schnell, zack, sagen wir, ey, ich hab Bock, mir die Übung anzugucken. Die Übungen laden super schnell. Und dann könnt ihr anfangen mit dem... Aber nur auf ein Xiaomi-Endgerät. Eurer Wahl. Das ist eine gute Werbung. Alter, wir sollten die anschreiben. Boah, soll ich Xiaomi mal anschreiben, ob wir Werbung für die machen können? Ich mach's auch kostenlos. Die sollen mir einfach einen Code geben, dass das gekauft wird. Ich will auch gar nichts dafür. Pixels hast du für ein Handy? Bestimmt ein Google-Pixel. Haha. Was hast du für ein Handy? Hast du ein Xiaomi? Eine Huawei. Huawei. Nein, kein Xiaomi. Huawei. Huawei, ja. Ich wollte gerade sagen, Huawei, was bist denn du für ein Italiener? Kommst du aus Ostdeutschland? Ja. Ja. Ich komme aus Ostdeutschland. Merci. Berlin ist Ostdeutschland. Aus Ostdeutschland. Ja, stimmt. Ich bin ja auch ein Ostwestfahler. Ich komme ja aus Ostwestfalen. Ich hatte nur das Glück, auf der, ich sag mal, wohlhabenderen Seite eingesperrt zu sein. Zur DDR-Zeit. Oh, das hört sich wieder so an. Als hättest du schon Jahre gelebt. Ja, wenn ich eins weiß, Berlin klebt. Also, ich wurde geboren, da stand die Mauer noch. Und sie ist 89 gefallen. Also, könnt ihr selber rechnen. Hattet ihr da schon ISDN? Nee. Was? Da war Internet ein Konzept bei irgendwelchen Unis, aber. Aber Emule kennst du noch? Mhm. Oder Idongi. Ja, oder Limeware. Ach, scheiße. Das wird schon wieder so alt, Leute. Ja. Ja, die Frauen sind jetzt schon wieder abgesprochen. Oder ARSC-Chats. Bots und so. Knüttelz. Kennst du das nicht? Diese Chats, wo eigentlich die Hackers drin waren, wo du denn was ange... Also, du musstest einen Begriff schreiben und dann hast du einen Link bekommen. So. Nee. Für irgendwelche Dinge so halt, ne? Kennst du das nicht? Nee. Ich möchte... Komm, wir gucken uns weiter in die wunderschöne App an. Ich möchte sie ja testen. Ich möchte diese App vorher testen, aber es ist halt wirklich, ey, Front Squats, vor allem als Tim Gabel sowas mit reinzunehmen. Oh, hier, guck mal. Ula Kala. Da hier, seine Brillenschönsachen vertreibt er ja immer noch. Ist bestimmt ein guter Mensch. Mit dem Training von Gewichten, mit allem. Alles ist bedacht. Die App hilft euch bei allem. Und auch die Progression, wie ihr die Gewichte... Hilft die auch bei meinen Persönlichkeitsentwicklungen? Also bei meinen zwei, drei Persönlichkeiten, die ich im Kopf habe? Oh. Und hilft die auch beim Kochen? Und eine Frau zu finden? Ist das auch eine Dating-App? Nee, er hat jetzt eine Million da reingesteckt. Das sieht schon sehr hochwertig aus. Das meiste sind auch Lizenzen oder so. Ja, man kann sich halt jetzt sein Gewicht... Wisst ihr, was ich schlimm fand? Warum ich das wahrscheinlich abmahnen werde? Also eigentlich müsste man ihn abmahnen, weil man nur Frau und Mann aussuchen kann. Ekelhaft. Irgendwo startst du... Ja, man kann nicht gendern. Die App hat nur zwei Geschlechter? Hallo? Was ist das denn? Hier, willkommen. Hast du kurz Zeit? Innerhalb... Als du... Das spricht mich schon mal als du an, was ich nicht möchte. Innerhalb weniger Augenblicke wird dich ein maßgeschneidertes Programm... Äh, was für dich erstellt bestimmt. Hier, männlich, weiblich. Ha! Schwein. Aber ich find's komisch, weißt du wieso? Guck mal, ein Mann muss doch eine gewisse Anzahl von Übungen machen, Gewicht, wie auch immer. Eine Frau muss ja bestimmt das auch machen, bloß weniger. Aber was ist denn mit einer Transfrau, die zwischen beiden steckt? Nein, eine Frau kann genauso... Die Frauen trainieren... Pass auf, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ja. Frauen trainieren viel intensiver und härter als scheiß Männer. Ja, aber die bauen nichts auf. Ja, weil sie sich wieder verbrennen. Weil sie wieder zu viel machen. Aber die wollen ja meistens Anus-Training machen, damit die der Schließmuskel besser schließt. Weil sie haben ja immer Probleme beim Kacken. Hab ich so gehört? Leute, das ist nicht ausrast. Hab ich so gehört, dass das Frauen so machen? Nein, Frauen trainieren wirklich viel intensiver. Die geben sich wirklich beim Sport extrem viel Mühe. Die ziehen das durch und sitzen nicht 20 Minuten da und schreiben mit ihren Scheiß. Und gut, außer die TikTok-Bitches. Ja. Aber wirklich, wenn du Frauen hast, die regelmäßig ins Gym gehen, die denken sich was dabei. Die machen sich ihren Plan. Die haben wirklich mehr Ahnung als diese Idioten-Männer. Ja, ist echt traurig. Die Apps rausbringen. Nee, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Karl S., sein Zielgroß-Urvater, hat das ja auch geschafft. Nee, hat er Apps rausgebracht? Nee. Karl S. hat, nee. Da hat er mit Kollegen... Nee, die haben so eine Trafo und so. Was ich mich frage ist, was unterscheidet die App zu einer anderen Fitness-App? Was ist der Sale-Point hier? Sie geht individuell auf dich ein. Sie misst dich aus. Du hast ja den Tracker mit drin. Ich möchte jetzt nicht dafür sprechen. Ich kann alles schlecht machen oder auch alles positiv darstellen. Ist das schon mal aufgefallen? Nee, ich meine das einfach jetzt neutral, weil ich kenne andere Fitness-Apps, da hast du auch Übungen, die geben dir auch Trainingspläne und sowas. Hier, jeder Seppel hier mit so einer scheiß App, Alter, geht an die Geräte, die hier so diese Gym 80 oder was auch immer, die Techno-Gym-Geräte oder so aus dem FitX. Nee, ist das im FitX? Ist ja egal. Geht an diese vorgefertigten Scheiß-Dinger, damit ihr eure Zielmuskulatur trefft und nicht hier Dumbbell vorwärts, hier mit Langhandel auf dem Kopf balanciert im Power-Rack. Ihr habt überhaupt gar nicht die Muskelkoordination, aber ich habe ja keine Ahnung davon. Ja, so ist scheißegal. Wir regen uns darüber nicht weiter auf. Ich habe es gedisliked. 34 Leute wussten, dass es nicht gut ist und 5000 denken, sie sind geile Stecher. Also falsche Übungen für die Zielgruppe, die ihr da anpeilen möchte. Ja, für Anfänger sowieso. So trainiert niemand. So trainiert niemand. Verdammte Scheiße. Keine Ahnung, wer sich diesen Hokuspokus ausgedacht hat. War bestimmt Harry Potter und Hermine. Gleis 9,3 Viertel. Ich gucke aber kein Star Wars. Ich habe letztens so einen coolen Hut gesehen. Hier, da ich ja kein Harry Potter gucke. Ich habe vielleicht den ersten Film so ein bisschen geguckt. Da ist noch dieser Hut, wo du so eingeteilt wirst. Hufflepuff. Der sprechende Hut, ja? Ja, ich glaube, ich wäre so ein Hufflepuff. Hufflepuff. Meinst du, ich würde zu Hufflepuff passen? Sind sie loyal? Ja, sehr. Und dumm. Ja, dann würden sie zu Hufflepuff passen. Sehr dumm. Nee, nee. Die Dings von Hufflepuff, die sind nicht dumm. Die sind loyal. Die stehen für was ein. Gut, könnte man jetzt von Gryffindor auch sagen. Na, dieser Rothaar, dieser Kevin, dieser Rothaar Kevin, der ist doch so ein Hufflepuff, oder? Nee. Wie heißt denn der? Also, du meinst Ron? Also, wenn du Ron meinst, der 20.000 Brüder hat. Ja. Was ist der? Der ist Gryffindor. Uh, was ist Gryffindor? Gryffindor, ähm... Ist das ein Greif? Ja, das sind die Greifen. Die sind dumm. Die halt für Mut, ne? Aber der bumst am Ende die Feministin Hermine, oder? War das nicht so? Ja. Verdammt. Verdammt. Und, Spoiler, Harry, also Harry spätestens Frau, wird die kleine Schwester von den Rothaar-Ringen. Ah, das wusste ich. Genie. Genie? Die hat rote Haare. Rote Haare. Je röter das Dach, desto feuchter... Das Opossum. Diese kleine Saar. Ja, nee. Außen rot, innen feucht, ne? Ja, 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 ja. Und was war Harry? Harry ist auch Gryffindor. Gryffindor. Das ist ja alles langweilig. Die sind Hufflepuff. Alle Gryffindor. Ja, ja, die sind alle im selben Haus. Also, diese vier Häuser da. Also, Tim Gabel, so ein Slithering-Typ, der sich rumschlängelt und die Leute sagt, hallo, hier, kauf mal eine App. Nicht nur er ist ein Slytherin. Ich sag's mal so. Ja, wenn ich hier die Apps sehe... Er trinkt doch schon grün. Guck mal, er trinkt doch schon grün. Ich hab doch keine Ahnung. Und wenn ich aber die App sehe für jemanden, der überhaupt keine Ahnung davon hat, dann kriegt man was an die Hand, dass er überhaupt in diesen Sport reinkommt. Weißt du? Ist ja okay. Weil die meisten machen sich da ja... Die lesen keine Bücher. Gut, kann ich auch nicht. Aber... Ja, für den dummen Otto-Normal-VVV-User, wie die unserer Welt ja ist, weil wir alles nur googeln und so, ist jetzt nicht auf die App bezogen, dass die schlecht ist oder sonst irgendwas. Ist es gut, da irgendwas Vorgefertigtes zu haben. Natürlich muss da jetzt eine Tracking-App mit rein. Er hat jetzt... Aus seiner Sicht hat er jetzt einfach gesagt, hey, komm, ich pack da jetzt alles rein, weil er die Sichtweise dahinter hat und versteht. Nur seine Zuschauer, die Leute, die die App benutzen, verstehen es eh nicht. Und deswegen ist es schade. Er wird damit, denke ich, schon einen Gewinn machen. Auch Leute davor ranbringen können. Aber die Intention, die er hat, haben die anderen nicht. Weißt du? Dieses Verständnis dahinter, warum er das so gemacht hat, werden die anderen nicht haben. So. Wird trotzdem irgendwie zum Erfolg gehen. Das sind zwei andere Wege, die am Ende wieder zusammenführen. Ja, reingeschissen. So, wir gehen einfach weiter. Oh ja, hier. Hier, Pixel, wir hatten es ja. Du magst ja Horoskope. Fit mithilfe der Sterne. Diese Sportart passt zu deinen Sternzeichen. Boah. Wichse, was bist du für ein Sternzeichen? Rasenmäher? Rasenmäher, ja. Ich bin der... Ich bin das Sternzeichen, was dir dein BMI anzeigt. Nee, was bist denn du? Waage. Ja, Waage. Ich bin digital Waage. Ich bin aus 2000. Jahrhundert. Warte mal, wir gucken mal auf hier. Pass mal auf, was ist denn das hier? Steinbock. Zäh und zielstrebig. Ausdauer, Zähigkeit, zeichnen den Steinbock aus und so bevorzugt er Sportarten, bei dem er seine Grenzen übergehen kann. Menschen übergehen kann. Der Steinbock liebt es, ein selbstgestrecktes Ziel, gestreckten Koksziel zu erreichen und sie ist so glücklich, wenn er seinen einstrengenden Bergtour, was zur Scheiß. Steinbock, weiße Bergtour, leck mich auf die Hüfte. Wassermann sind seine Ziele, entspricht ganz... Was ist denn das hier? Wo ist denn das aufgelistet? Ich will das richtig sehen. Von Punkt A nach B zu gelangen und dabei Hindernis wie Mauern zu umgehen. Hä? Parcours. Parcours, Alter. Scheiße. Die Leute können nicht mal atmen. Die sollen so Parcours machen. Fische sind Bogenschützen. Ach, leck mich doch. Robin Hood. Witter, was sind denn Witter? Witter sind Rugby-Spieler. Ach du, fuck you, Gott, Alter. So ein Rugby aufs Rugby-Feld. Bin mal gespannt, was ich bin. Ich bin bestimmt Zuhälter. Der lebenslustige Stier. Alter, ihr anscheinend kennt keiner Stier. Golfspieler. Golfspieler. Vor allen Dingen Stiere, die mit dem Kopf durch die Wand gehen, ja. Taucher sind Zwillinge. Was machen Krebser? Joggen. Ja, ja, ja. Ach, ich will es gar nicht weiterlesen. Oh, warte mal. Äh, 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 was hab ich jetzt da? Ach komm, leck mich doch. Hallenballett. Ne, Hallenbad. Ach so. Ha, ich mach ja Ballett. Stimmt, ja. Im Hallenbad mach ich Ballett. Stimmt. Die haben recht. Machen eine wunderschöne Figur im Hallen. Ach komm. Und du bist Waage, gell? Yoga-Kurs. Du bist schwul. Du bist das Schwulste von uns allen. Ich sollte Yoga machen. Ach komm, ihr könnt mich alle mal. Was ist denn das? Ach nee, sich dumm fühlen ist gut. Nee, komm, nee. Wir haben heute schon genug Leute gebodyshamed. Wollen wir uns noch was angucken? Komm, wir gucken uns noch zwei, drei TikToks an und dann gucken wir weiter. Ja, machen wir das so. Wir haben ja noch ein paar Themen von dir hier. Du hast ja wieder irgendwelche kriminellen Sachen in Berlin veranstaltet. Nachdem du das Aquarium gesprengt hast, hast du jetzt ja wieder andere Sachen. Aber wir gucken jetzt erst mal rein. Was ist denn das für ein TikTok? Ach ja, ich wollte wissen, ich bin ja 2022 irgendwann ins Bett gegangen. Nee, ich bin 2023 ins Bett und bin dann wieder 2023 aufgewacht. Und da dachte ich mir, jetzt hat sich die Welt verändert und alles ist besser und schöner geworden. Wir konnten jetzt endlich einen Haken an das alte Jahr machen. Und da dachte ich mir, komm, guckst du TikTok rein? Was hat sich verändert jetzt innerhalb von diesen vier Stunden Lebenszeit dazwischen, zwischen den Jahren? Und wir gucken uns an. Es hat sich sehr viel verändert auf TikTok. Ja, es dauert eine Weile, bis der Witz in Farb kommt. So, das wird mir auf TikTok vorgeschlagen. I love cream pies. Oh ja, ich liebe auch, ich liebe es. Ich bin glücklich. TikTok ist noch genauso wie vorher. Es hat sich nicht viel verändert. Guck hier. Moment, ich muss nochmal abdrennen. Oh, hier haben wir einen Skorpion. Was war Skorpion? Was macht Skorpion für Sport? Sollst du mir die mal anschreiben? Was sind die für Sport? Warte mal, wir müssen uns nochmal nachrecherchieren. Was war Skorpion? Wir müssen die anschreiben, was Skorpione gerne... Oh, sie ist Fußballspielerin. Ah, lebt mir einen Kampf. Und auch beim Sport wird er so... Oh, das schreibe ich ihr hier gleich mal im Fußballverein mal. Also, sie müsste sich gerne auf dem Fußballplan... Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie so eine ist. So, hier, hier nochmal für mich bitte. Ich muss die Seeroppen füttern. Und sie zeigt jetzt voll ihren geilen Lachs. Also ihren Bauch. So, das ist TikTok. Gute Büffelhüfte. Sogar Doppelskorpion. Boah, die hat auch sogar graue Haare. Sogar eine alte Lady. Geil. Entschuldigung, ich mache ab und zu mal Wichsgeräusche. Ah ja, hier gab es auch noch einen Bitch-Test. Der wurde mir danach... Ich habe das jetzt wirklich hintereinander weg vorgespült bekommen. Die wissen genau, was ich mag. Komm, Pixel. Bitch-Test. Für 1000 Euro gehen Bitches mit? Geht ein... Okay, wir gucken es uns an. Entschuldigung. Sorry, dass ich dich jetzt so blöd anquatsche. Eigentlich mache ich das nicht so. Aber, äh, ist echt hübsch, wollte ich dir sagen. Eigentlich nehme ich nicht drei Penisse in meinen Arsch. Aber für dich mache ich das. Ich bin ja nicht so. Und denkst, ich bin hübsch? Also, findest du mich hübsch? Ah, danke. Oh ja, danke. Ich bin so auf der Durchreise. Bin hier in Köln, hab hier ein Hotel. Ich verstehe nur Durchfallen. Ich würde dich fragen, hast du vielleicht Bock? Ganz kurz. Bis hier vorne, direkt. Nein, du tippst dich, nein. Nein? Nein. Okay, warte, warte. Ich gebe dir 200 Euro. Nein. 200 Euro. Du fühlst du aus, aber bist du bescheuert? Nein, aber einfach so. Kurz ein bisschen Spaß haben. Nein. Einfach so verdienen. Okay, 1000 Euro. 1000 Euro. Ein bisschen, ein bisschen Spaß haben. Geht auch schnell. Wasser. Komm, 1000 Euro. Ich weiß, gehst du arbeiten oder so? Nein. Also, guck, 1000 Euro. Wer kriegt das heute schon geschenkt? Aber wenn sie nicht arbeitet, ist sie entweder eine asoziale Thekenschlampe, oder sie ist eine Studentin. Oder ganz schlimm, sie ist keine Studentin. Ihr könnt euch den Reihen draus bilden. Ja, wir hören weiter. Ja. Ja? Alles klar. So, im Auto kommt dann noch jemand dazu und dann machen sie 2000 Euro. Und dann sagen sie, Alter, Mädel, was stimmt mit dir nicht? Und sie sagt, oh mein Gott, ihr habt mich so in der Art verarscht. Ich hätte sie geballert. So, egal. Komm, und dann dachte ich mir, was für 1000 Euro? Warum sollte ich denn 1000 Euro für irgend so ein deutsches Stück Fleisch ausgeben, wenn ich nicht woanders hin könnte, wo die Welt noch normal ist? Und Pixel, wo ist die Welt noch total normal und hat sich seit Hunderten von Tausend Jahren der Sklaverei nicht verändert? Wo? Nee, Thailand. Aber es ist fast dasselbe. Komm, wir gucken mal in Thailand. Hey, ich will doch nur eine Nummer und kein Adoptieren. Guck mal, wie schön die Deutschen da oder, ja, hier, da, schön, da sieht man Frauen und hier gleich das ganze Rudel hinterher. Wollen wir mal in Thailand? Ich wollte, ich hab mal vor ein paar Jahren mit meinem Kumpel, kann ich nicht den Namen sagen, da wissen wieder alle, was ich für ein Perversling bin. Und er vor allen Dingen, er hat ja schon Kinder. Da wollten wir für ein Schulprojekt, vor zwei, drei Jahren, hatten wir da mal so gesagt, wollen wir nicht so eine Doku-Soap machen in Thailand? Also, dass die, weißt du, hier so richtig mit Saarland, Sweet Home Saarland, dass es unsere Geschwestern sind, das ist ja extrem lustig, aber dann dachte ich mir, nee, ich hätte da keine angefasst, ich krieg da, ich krieg da so schon Aids nur vom Zusehen, aber es wäre halt übel lustig gewesen, dann so, weißt du, so eine Familien-Dings zu drehen. Ich hab das Buch, hab ich noch da, wir haben nämlich ein Skript geschrieben, aber ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen, es war echt ekelhaft. Okay, wir lassen das jetzt, nee, es war scheiße, wir lassen das, wir gehen einfach weiter, okay. Ah, es sind Leute wieder gestorben im Internet, hab ich gehört, guck mal, wer hier alles gestorben ist, Jürgen Drews ist gestorben, Angelo Kelly ist gestorben, äh, Julia Leischi kennt keine, Thomas Gottschalk ist gestorben, äh, Petro Lombardi ist gestorben, äh, oder, da kennen wir noch jemanden, der gestorben ist, der man kennen könnte, Sylvester Stallone ist gestorben, ihr wolltet euch jetzt fragen, was für eine Scheiße erzählt der jetzt hier eigentlich, die sind ja alle gar nicht tot, ja, das stimmt, Leute, die sind auch nicht tot, aber es gibt einen YouTube-Kanal, der einfach das reinschreibt für die Klicks und dann liest ein Roboter dann vor, die Wikipedia-Einträge. Ist das ekelhaft oder ist das genial? Ich habe sowas ähnliches mal unter dem Kommentar gelesen, also, und wenn du auf den Kanal gegangen bist von dieser Person, hat er eine Frauenstimme, eine Art Mädchenstimme sogar, vorgelesen, ich hab Krebs, ich bin das, bitte spendet mir, damit ich mir Chemo leisten kann und so eine Scheiße. Alter, naja, guck mal, vor allen Dingen, das ist ja, pass auf, wenn ich sowas lese hier bei mir, ich bin ja so ein bisschen Social Media, ja, unterwegs und weiß, wie man Clickbait macht und könnte, und wenn du dann an der Seite, an der Timeline so hast, vor neun Minuten, denkst du dir, hä, vor neun Minuten, also ist es eine aktuelle News, auch wenn das Video für drei Jahre alt ist, weißt du? Sehr, sehr, sehr ordinär und clever. Ist ja irgendjemand gestorben hier, der aus der Fitnessszene ist. Das ist schon eklig. Oh, Kai Pflaume ist auch gestorben, scheiße. Ich fand ihn immer gut. Oh, hier, Ross Anthony, der, ah, ne, das ist, naja, gut, naja, manchen Leuten, nein, warum wünscht jemand denn den Tod? Alter, das ist schon wirklich mies, sowas. Alter, das ist echt krank. Weil es gibt ja Leute, die glauben das ja dann, ne? Ich will gar nicht draufklicken, dass das Ding keine Klicks kriegt. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Aufrufe das größte Video hat, aber keine Ahnung. Ja, wisst ihr Bescheid. Ekelhaft, oder? Ist fast genau so ekelhaft wie unsere Show, wenn wir uns über Minderheiten lustig machen. Hey, wir bieten noch Mehrwert, aber das? Ich bin aber immer noch beim Teil am Thema, wie das war mit dem Skript. Also für 1000 Euro kriegst du bestimmt das halbe Dorf. 1000, warte mal, ich muss das mal wegmachen. Oh, Philippinen. Sie könnte, warte mal, ich muss auf jeden Fall eine finden, die meine Schwester sein könnte und die Mutter muss jünger sein als meine Schwester. So war das, genau. Das ist mir sehr wichtig. Für 1000 Euro kannst du da ne ganze Staffel GZSZ nachdrehen, Alter. Vor allem das Geile ist, wenn du dann komplett auf Ostdeutsch so redest und dann erzählst du, erzähl uns mal was über deine Kindheit und sie kriegt da halt kein Wort raus und sie ist aber deine Schwester. Und dann drehen wir halt, dann drehst du dann so, kennst du von Scrubs immer die Sachen, wenn sie früher, wenn sie dann immer so Rückblenden haben und sich dann so jung geschminkt haben, im Teenager-Alter und so. Solche Sachen. Oh, das wär geil. Weißt du noch, wie wir an der Strandbar saßen? Oh, geil. Oh, das gefällt mir. Aber das glaubt mir natürlich keiner, dass ich dann nur normale Videos gedreht hab. Oh, was hätten wir denn hier? Das wollte ich eigentlich schon im letzten Video haben, aber da haben wir gemerkt, das dauert schon wieder viel zu lange und das ist wieder dasselbe. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und das dauert jetzt wieder viel zu lange, deswegen kannst du das Video schon wieder nicht bringen. Es sind nämlich gefühlte 18 Videos. Oh ja, aber wir machen kleine Videos. Hier, mal was für die Fitnessbegabten oder Talentfreien. Heiko Kalbach hat einen neuen Sponsor. Der war ja vorher mal bei GN und jetzt ist er bei Uwe. Flying Uwe, Schmeilu-Docs, da wo Stevie Bentini ist. Stevie Bentini. Bei Stevie Bentini sind sie wieder voll vereint, aber Heiko hatte vorher eigentlich auch nicht viel mit Stevie Bentini gemacht, obwohl die in einem Lager waren, ja. Es ist halt sehr auffällig, dass alle Mäuse vom Schiff runterspringen von GN. Steve hatte ja vor dem Jahr oder so auch gesagt, dass er nicht mal so zufrieden ist und Produkte so eventuell und alles und so könnte passieren. Und da ist er ja auch abgegangen. Carsten Pfützenreuter ist offiziell bei SEC Plus seit einem Monat, falls ihr das nicht wisst. Ja. Ist ja auch weg von GN. Da hat man auch immer mal im Livestream gehört, wie schön die untereinander, die Menschen da sind bei GN. Weil da gab es so, da wurde es sich auch lustig gemacht über Carsten, seine Frau, die ja an Krebs verstorben ist von einem Athleten von GN. Äh, ja. Und das, ja. Solche Sachen halt da. Äh, ja. So. Alles Gute, Heiko. Ich mag ihn nicht. So. Äh, was gibt's hier? Oh ja, Dart! Dart, Dart, Dart. Hast du Dart gesehen? Dart? Nein, aber ich hab's gehört. Von Leuten, die das gucken. Die sind übergesichtig. Nein, die gucken nicht nur übergesichtig. Ich hab mir gedacht, ey, ich guck mir ja von jeder Sportart irgendwie das Finale an. Ob's ein Superbowl ist, ob's Wasserballett ist, ob's Handball. Ne, Handball ist scheiße. Äh. Ja, obwohl Handball geht schon. Äh, Eishockey. Ne, doch, Eishockey. Tennis. Aber ich guck mir von vielen Sportarten immer die Finals an. Und da hab ich dann die letzten zehn Minuten in das Jahr reingeguckt. Und da hat hier der Dings hier, der hier gewonnen. Moment, wo ist er denn? Ja, nicht der. Der hier hat gewonnen. Der hat da, ich hab, ich hab recherchiert. Der hat schon gefühlte, äh, 20.000 Mal ist er Platz zwei geworden. Und jetzt hat er's geschafft, mal Platz eins zu werden. Weißt du, was aber die eigentliche Sensation ist? Nicht, dass er gewonnen hat, sondern die Würfe, die er gemacht hat. Dass er keinen Schwarzer mitmacht auf dem Turnier? Stimmt, Rassismus. Ja, ich glaub, er ist der Zweite, der jemals in einem Championship-Final Neuner geworfen hat. Also, Dart, ne, du schmeißt eine Punktzahl runter. Und Neuner bedeutet mit neun Würfeln. Ja, ja, 180er, neun Stück, ja, das hab ich auch mitbekommen. Diese Triple, drei, ja. Oh, ich muss mich noch entschuldigen. Warte, Pixel, ich muss mich jetzt entschuldigen, weil ich hab Schwarzer gesagt. Ihr wisst, wie's gemeint ist. Afroamerikanischer Ureinwohner. Ist das in Ordnung so ausgedrückt? Ja. Und Indianer darf man nicht mal sagen, bin ich jetzt so richtig? Na, kannst du dann sagen, amerikanischer Ureinwohner. Und Schokokuss? Ist immer noch ein Schokokuss. Schokokuss ist, nee, Schaumkuss heißen die, ach sorry, ey. Ja, Schokokuss, Schaumkuss, mein Gott. Ihr geht mir übelst auf den Sack mit diesem ganzen Rassismus und Gender-Scheiße, Alter. Seid doch einfach nur herzlich. Und wenn ihr gute Menschen seid, dann seid ihr gute. Und wenn nicht, dann seid ihr Dreckmenschen. Vergesst es doch, ach ja, komm, wir gehen wieder zum Darts zurück. Ah, warte mal, noch ein Fan-Fact, warum dieses Finale so besonders war. Der andere Herr in dem grünen Outfit, der hat einen Achter geworfen. Also davor der grünen Achter und er ein Neuner im gleichen Finalspiel. Also du meinst dreimal Triple 20? Ja, klar, aber du musst noch ein Double Out machen. Oh, jetzt gehör doch mal auf mit deinen Golfbegriffen. Was stimmt denn mit dir nicht? Hier versteht sowieso keiner mehr, über was es hier geht. Es geht um Dart, Leute. Also, er hat neun Würfe gebraucht und der andere hat acht Würfe. Wie er mich deflammiert und mich als Idioten darstellt, weil ich nicht weiß, wie eine Dartscheibe aussieht und warum da Zahlen drauf sind. Danke, Pixel. Die ganzen Zuschauer denken, ich bin total behindert. Das ist wie ein Taschenrechner. Nein, das schneide ich jetzt auch nicht raus, dass sie mal wissen, was du für gehässliche Hygiene bist. Mal endlich mal Leute Mitleid mit mir haben. Ich muss die ganze Zeit durch die Show hier ogern und dann werde ich immer mit Seitenhieben geschlagen. Hier sag mal, bist du Cäsar, der mich hier schlägt? In die Antike zurückgeschlagen. Raste aus. So, Pixel, wir müssen noch irgendwas machen, dass wir, ähm, äh, dass wir irgendeinen Aufhänger haben als Thumbnail. Was wollen wir denn nehmen? Wir beraten das jetzt immer in der Show. Es ist vielleicht langweilig für die An... Oh Gott, der hat einen Penis im Gesicht. Nee, ist nicht langweilig für euch. Wir sind scheiße. Wir hätten einfach... Warte mal, ich muss immer für die Thumbnails, muss ich immer posen. Moment, da muss ich immer so... Warte, ich muss noch einen Alarm-Post machen. Soll ich mir die Finger ins Nasen? Warte mal, den kleinen Finger ins Linke lassen? Ja, ich brauch mehrere Szenen. Warte, den Gruß? Nee, den Gruß kann ich hier nicht machen. Äh, so, jetzt haben wir die, die wunderschönen Zuckerschnecken. Okay, Pixel, was würdest du nehmen als Aufhänger als Thumbnail? Wir haben hier... Das ist halt jetzt scheiße. Ich kann überhaupt nichts reinmachen. Das ist doch... Nee, Heiko guckt mir schon wieder... Heiko guckt mir schon wieder zu, Heikuts ja. Der sieht aus, als würde ich den Kameramann schlagen wollen. Und guckst du so. Aber Heiko ist halt Kiez. Der ist halt so aufgewachsen. Heiko, bist du schon mal aufgefallen? Du hast keine Haare mehr. Also... Dann guckst du so. Ja. Alter, ich finde das immer geil, wie sich die Leute immer rechtfertigen, weil sie früher halt so richtig Assis waren. Oder näher oder weniger. Und halt, die sind halt so. Einmal Assi, immer Assi. Die sind halt so. Das ist halt seine Art. Das ist ja wie mit Mario Basler. Das ist genauso. Er ist also, Herr Basler. Das Schlimmste. Vor allen Dingen, man entwickelt sich als Mensch nicht. Naja, nein. Man bleibt ja stehen. Naja, Fußballer und Bodybuilder hast recht. Ja, stimmt. Obwohl, es gibt extrem schlaue Fußballer. Also, ich muss sagen, jetzt hier Oliver Kahn. Auch wenn ich Dortmund-Fan bin. Also, den respektiere ich so. Wenn du den siehst, wie er quatscht für diesen Mistverein. Finde ich gut. Also, ich meine jetzt für die Bayern. Nicht, dass ihr wieder so denkt, ich rede gegen Dortmund. Ihr seid Schweine. Ihr seid ekelhaft, mir sowas in den Mund zu legen. Äh, ich hab gestern eine Kackwurst geschissen. Pixel, wolltest du die gerne in den Mund nehmen? So, jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter in der Show. Es tut mir leid. Nee, wir haben nix. Ich hab keinen Aufhänger. Jeremy Fraganes hat gesagt... Oh ja, fette Menschen. Geil. Komm, Pixel, wir hören uns das jetzt an. Komm. Magst du fette Menschen? Fette Menschen? Kommt doch an, was du unter fett verstehst. Ah, verdammt. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich vorhin sagen wollte. Warte mal, ich hab noch mal eine Notiz geschrieben gehabt. Oh, Moment. Es geht jetzt nicht um fette Menschen. Es geht darum, um Leute zu unterstützen, die einen Sinn in ihrer Sache sehen. Angenommen, du bist jetzt jemand, der malerisch gut ist, ja? Oder er glaubt es von sich selbst und ist jetzt bei einer Kunstausstellung. Weil ich will nämlich was Gutes im Leben bewirken jetzt mit Menschen. Ich hab mir überlegt, ob ich dieses Jahr irgendwann zu so einer Kunstausstellung gehe und mir einen Künstler raussuche, der übel Talent befreit ist, den ich aber sage, geiles Bild. Ist es dann Spott und Hohn? Oder will ich ihn einfach... Oder aus seiner Sicht... Ich hab da sowieso keine Ahnung davon, ob das gut ist. Aber ich mach mich halt trotzdem drüber lustig. Aber sag dann, hey, das sieht geil aus. Mach weiter so. Halt an deinen Träumen fest. Ist das ekelhaft, was ich mache? Oder ist das gut? Du kannst entscheiden. Oder ist es ekelhaft gut? Naja. Ich glaube, das wird keine Relevanz haben, weil der von sich so überzeugt sein wird. Nee, ist er ja nicht, weil alle nur vorbeilaufen und ich da auf Master of Disaster, Aeron Flexberg, der Herr Baulers-Anstrologen-Köscher vorbeikomme und dann mit meinen Fingern auf ihn zeige und sage, du kannst aber wunderschön das A4-Blatt ausmalen. Im schlimmsten Fall hast du jemanden an der Backe, der dir versucht, dieses Bild dann zu verkaufen. Ich sage, ich kaufe keinen Scheiß. Tut mir leid. Tut mir leid, ich bin so geistig behindert, bin ich jetzt auch wieder nicht. Das war ein Spaß. Gleich abgeblockt. Ich bin doch nicht behindert. Nee, aber Leute zu unterstützen. 20er würde ich ihn geben. Kannst du das nicht auch manchmal in deinem Freundeskreis oder so, wenn deine Freunde eine übelst dumme Idee haben und wirklich daran glauben und du siehst die strahlenden Augen und du weißt ganz genau, das wird wieder nix. Das wird nix. Dann sagst du ihm, versuch es doch. Weil dich das nämlich interessiert, wie die Staffel ausgeht von deinem Kumpel. Ja? Entertaining. Ist das eine gute Eigenschaft vom Mensch oder eine schlechte Eigenschaft, Leute zu unterstützen, wo du weißt, die scheißen richtig rein? Frage für einen Freund. Das ist eine gute Eigenschaft. Ich finde es gut, weil lass ihn doch in den Glauben, wenn es was wird, ist es cool. Wenn es nicht wird, dann ja. Aber wenn du weißt, wenn du weißt, der Kevin, da kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Ist ja egal. Und er fängt jetzt mit Atomphysik an. Es ist aber besser, wenn du ihm, also besser so, als wenn du ihm das malig redest und er es nicht mal probiert. Vielleicht wird er ja besser. Aber erst dann den Kruger, sein Sohn. Weißt du? Vielleicht wird er ja besser, man weiß es nicht. Du und den Kruger. Dann den Kruger, sein Sohn. Also, ich sag mal so, wenn er dann aber zu dir sagt, wenn er zum Beispiel singt oder sowas, ja, und dann damit in die Öffentlichkeit gehen möchte, ja gut, dann könnte man sagen, du, bei DSDS, äh, nee, lass mal lieber sein. Dafür reicht dein Talent doch wieder nicht. Da suchen sie andere Menschen. Also sollte ich Kevin sagen, das mit dem Mantel flaschen ist nicht so gut. Das hat er doch lieber lassen. Ich hab gesagt, er soll an seinen Träumen festhalten und er hat sich einen Mantel gekauft. Ja, könnte gefährlich werden. Kommt drauf an, wo er flasht, ne? Im Busbahnhof. Ich glaub, ich schreib ihn nochmal. Ich glaub, ich schreib ihn gleich. Flashtanz? Naja, er flasht halt öfters mal. Naja, ist mir scheißegal. Seh ich ihn halt ein paar Jahre nicht mehr. Ist egal. Solange kein minderjähriges Etwas an seiner Stange tanzt, ist alles gut. Sag mal, in Berlin, wie flasht denn ihr in Berlin? Das stimmt. Ah, die Show ist schon wieder so ordinär. Kommt, wir hören uns irgendwas alle über, Dicker. Jeremy Fraganes hat gesagt, wir haben zu viele fette Menschen auf diesem Planet. Und es hat eröffentlicht eine Talkshow gesagt. Oh nein. Und er hat nicht Unrecht, wenn wir uns die Fakten mal anschauen. Kürzlich wurde Doc Felix erst damit auseinander zerrissen, weil er wissenschaftlich und faktisch basiert seine Meinung zum Thema Fettleibigkeit geäußert hat. Und hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir mal die politische Korrektnis beiseite nehmen und müssen mal uns auf Fakten beziehen und Realtalk sprechen. Weil es macht keinen Sinn, Dinge, die nicht förderlich sind, die ungesund sind und ja, die einfach uns nicht gut... Ja, mittlerweile sag ich zu jedem Mensch, auch wenn er übel schlank ist, dass du ein fettes Stück Scheiße bist. Du kannst dich nämlich keinen beleidigen. Indem ich es jedem sage. Ist das gut? Ja. Pass auf, aber dann spricht dann die zweite Persönlichkeit in mir und sagt, hey, Elrond, so kann es doch nicht sein, falls dieser Mensch irgendwie Komplexe hat und in eine Esssucht und eine Fresssucht reingerutscht ist. Der wird dann gar nichts mehr essen. Der wiegt nur noch schon 50 Kilo. Das kannst du doch nicht zu so einem magersüchtigen Hannes sagen. Das ist doch krank. Und mittlerweile sage ich mir doch. Doch, kann ich. Hast du doch gehört, du Wichser. Ja, gut. Falls ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe. Falls ihr nicht, dann sucht euch Hilfe. An und für sich ist das ein... Ja, darüber macht man sich auch nicht lustig, Pixel. Das war jetzt wieder unter deinem Niveau. Ein guter Gedanke, worauf er hier abzieht. Das Problem ist, du kannst ja nicht alles verbieten, nur weil es ungesund oder Leute krank macht. Dann müsstest du ja das Internet verbieten oder andere Dinge, die ja zu unserem Leben dazugehören. Essen ist es ja auch so ein Beispiel. Aber eins hat da recht, da würde ich auch unterschreiben. Dieses Body Shame, also diese... Ist für mich ein Unwort, ja? Body Shame. Das ist einfach nur nervig. Ich schame niemanden. Ja, aber Menschen, die jetzt wirklich Probleme mit irgendwelchen Krankheiten haben, das 100% ernst meinen, kann ich dank solchen Arschfickern, also jetzt nicht ihn, den ihr jetzt hier seht, dank solchen Fettshaming-Wichsern, kann ich einfach nicht mehr für voll nehmen und mach mich darüber lustig. Obwohl ich 100% jemanden treffe, denen das auch wehtut. Ja, danke. Ihr macht nur die normalen Leute, die wirklich Krankheiten haben, macht die mimatisch. Toll. Was ich ja meine ist, wenn man es anspricht, finde ich, das ist kein Shame. Also, wenn man zu jemandem sagt, ja, du wiegst halt mehr als der Durchschnitt, so was für deinen Körper ungesund ist und die dann sagt, ja, lass mich doch alles fressen. Ich meine so, ich lasse dich doch alles fressen, bloß. Ja, du verlogener Ratte, fress ruhig alles in dich rein. Bloß, ich will nur sagen, dass es dich irgendwann kaputt machen wird. Ja, was sie eigentlich damit sagen, sie wollen halt belogen werden, weil sie selber notorische Lügner sind. Sie wollen, sie wollen nicht nur belogen werden, sie wollen dafür noch Anerkennung kriegen, dass sie ja, obwohl sie 50 Kilo zu viel wiegen, trotzdem in ihren Klamotten nicht aussehen wie ein Stück Blob. Ey, das erinnert mich voll an unsere Politik. Aber lass mal gut sein, das lass mal so. Oh, dein Kartoffelsack, den du anhast, weil leider die Mode halt für normale Menschen, also für normale, gewichtige Menschen, in Anführungszeichen, geschnitten ist, also Steiger, äh, Stangenware, Stangenkleidung, ne? So, kann man auch zu was Lustigen oder so? Du hast mir vor allem was geschickt. Äh, Nachbarin getötet, Kettensägenkiller, speilet Bundespolizist das Gesicht. Oh, das war doch nicht lustig, das war dann das andere, was du mir geschickt hast. Oh, Entschuldigung, SIK-Hund überwältigt, äh, auch ein Bogenschütze in seiner Wohnung. Ja, das ist, das ist aber eine interessante Story, da hat ein 40-Jähriger mit, 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 mit Bogen. Äh, gegenüber ist ein Bürogebäude und er hat auf dieses Büro geschossen. Okay. Und da stand ein Mann draußen, äh, weil er, glaube ich, Pause gemacht hat oder so und der ist rein, weil der auf ihn geschossen hat, dann hat er die Polizei gerufen, ja, hier schießt jemand mit Pfeil und Bogen auf mich und dann sind die SIK-Beamten angerückt, haben dem Typen die Wohnung aufgemacht und einen Hund reingeschickt. Naja, und der hat den halt, äh, ein bisschen angeknabbert, den Bogenschützen. Aua. Okay, wir müssen jetzt die Show leider drauf späten. Äh, vorher, was vorher Nachbarin getötet, ach so, vorher hat er die Nachbarin getötet, Kettensegenkiller, spaltet Bundespolizist das Gesicht, Alter. Ganz, ganz, also, äh, ganz komischer Fall, das ist im Hochhaus passiert, im Ostteil von Berlin. Ich war grad zu fragen, Berlin, ja. Und der Nachbar, da steht's auch, ist 34 Jahre alt gewesen, also der Täter, und hat, da stehen auch keine Gründe, warum er's gemacht hat, das weiß im Moment niemand, äh, hat die Nachbarin getötet, anscheinend hat der da geklingelt, hat ne Kettensäge irgendwie gehabt, hat die dann halt kalt gemacht, und der Freund von der toten Nachbarin ist bei der Bundespolizei, der kam von der Arbeit nach Hause, wollte seine Freundin dann halt beschützen, ist dazwischen gegangen, und der hat ihnen dann das Ding durchs Gesicht gefahren. Alter. Aktuell, bevor wir die Show angefangen haben, hab ich noch mal nachgeguckt, da gibt's, äh, ne Meldung, der Mann hat überlebt, die haben fünf Operationsteams acht Stunden lang sein Gesicht rekonstruiert. Ach ja, und der hat noch nen Finger verloren, der Mann. Und der Täter selber hat sich am Fuß noch verletzt, bei der Tat. Äh, weiß ich nicht, ich bin schon so abgestumpft, dass es mich echt nicht mehr interessiert. Man sieht in der Stadt leben auch nicht so gesunde Persönlichkeiten. Ja, das merkt man ja an dir jedes Mal in jeder Show, aber... Ja, ne? Ist es nicht traurig, dass egal, welche Themen es sind, es einen gar nicht mehr erjuckt, dass man schon so abgestumpft ist, egal, um was es geht, dass man sagt, naja, ist halt so. Ja, es ist Reizüberflutung, es ist Reizüberflutung seiner Urgroßvater, es ist so krass, man wirkt als kalter Bastard, übel als kalter Bastard. Das könnte auch, also diese Nachricht, das könnte auch verfilmt irgendwo als Telenovela laufen. Ja, ja, natürlich. Diese kranken Scheiße sind meistens banale Sachen. Ja, meine Nachbarin, die war zu laut. Die ficken immer so laut rum, zum Beispiel, ja, und deswegen schreit einer oder rastet jemand aus, weil das... Ich höre immer, wie meine fette Nachbarin Salzstabend frisst. Ja, die frisst immer so viel. Ja, ja, es ist ohne Spaß. In so'n scheiß Hochhäusern sind's die banalsten Dinge, warum Leute ausrasten oder Großstädte allgemein, weil wenn man so anonymisiert ist, keiner kümmert sich mehr um seinen Nachbarn, ist alles scheißegal. Ich find's aber im Allgemeinen traurig, dass wir alle so abgestumpft sind. Ja. Es ist einfach nur wild. Ich hätte früher halt nie Witze über sowas gemacht oder so, weißt du? Aber es betrifft mich nicht, weil es mir egal ist und ob ich da einen Witz drüber mache oder nicht, es juckt eh keinen. Es ist einfach... Oder wenn du groß genug bist, natürlich juckt's dann die Leute, dann zeigen sie mit dem Finger, wie kann man denn nur so sein? Es ist einfach, weil ihr alles Heuchler seid im Internet. Jeder Mensch ist einfach nur ein Heuchler. Ich weiß, was ich, äh, äh, mache und dass ich sowas nie machen würde, was recht ist und so. Ich will niemanden verletzen, etwas antun, aber hier im Internet sind wir alles Heuchler. Wir machen auf betroffen, obwohl wir es gar nicht sind. Fertig. Fasst euch alle mal in eure eigene fette Plauze, ihr kleinen Wichser. Kann man das so stehen lassen, Wichser, oder ist das jetzt wieder zu wild gewesen, die Show? Ich hab keine fette Plauze. Woran soll ich mich hinweisen? Ja, deswegen, ja, beleidige ich ja auch fette als dünner und dünner als fette. Okay, dann halte ich es an meiner imaginären Plauze. Aber wenn ich jetzt zu Übergesichtigen sage, hey, du dünnes Stück mit Darm, ist das eine Beleidigung oder du dünnes Stück Plaste? Dann fühlen die sich doch verarscht, weil sie selber wissen, dass sie dick sind. Dann ist es ja auch wieder Fettshaming, oder? Nee. Nö. Du dünne Bohnenstange ist doch eine Beleidigung für jemanden, der stark übergewichtig ist. Das ist doch schon wieder hartes Sarkasmus. Es ist Sarkasmus, aber wenn die Person besonders als Beleidigung auch fast... Wenn sich dann der Übergesichtige dann beschwert, hier beim Personalchef und so, der hat mich dünne Bohnenstange genannt und du musst dann zum Gespräch. Naja, ich glaube, wenn sie das dem Chef sagt, so wortwörtlich, ich glaube, der kriegt sich nicht mal einen vor Lachen. Nein, er muss es aber... Wie hat er sie genannt? Der muss das Thema aber so nehmen, weil es eine Beleidigung aufgefasst ist von der Übergesichtigen. Er müsste sich da drum kümmern oder sie, je nachdem, Personalchef in enden. Schänderscheiße. Urgroß Oma. Naja, also... Müsste man machen. Weiß ich nicht. Und dann müsste ich meinen Anwalt anrufen. Das wäre auch geil. Man kann ja Sachen so schön umschreiben und dass die Person weiß. Ja, aber du weißt, wie die Welt ist. Es gibt Nachbarn, die gucken, ob dein Rasen drei Zentimeter Höhe hat. Das gibt's auch, ja. Es gibt echt die verrücktesten Personen. Deswegen muss man aufpassen. Das ist alles scheiße. Ich hasse mich. Gott sei Dank habe ich so eine kranken Vorgesetzten noch nicht kennenlernen dürfen, die so sind, sondern... Es braucht sich nur die richtige Person beschweren. Ja, aber wir hatten auch also öfters auch mal, ich sag mal, Genecke. Ja, man könnte auch, andere würden sagen Mobben, aber es ging untereinander. Mobbing ist auch nur ein Sport. und Frauen sind da mit, was das angeht, mit sehr eklig, was so Arbeitswelt und so sowas angeht. Ja, die waschen sich auch nicht, habe ich gehört. Erzählt man so. Und wie gesagt, öffentlich beleidigen ist immer noch ein Unterschied, als wenn du zynisch oder ironisch, zum Beispiel wie du sagst, wenn du eine, also wirklich offensichtlich sehr dicken Menschen als sehr dünn bezeichnest, können die dir gar nichts. Solange es nicht beleidigt, also offen beleidigende Wörter sind, kann sie dir gar nichts. Weil ich sie bloß stelle vor den anderen Leuten, weil ich sage, sie sind schlank und jeder weiß und sie wissen es auch, sie sind es nicht. Ja, aber es ist keine Beleidigung. Doch, in ihrer Psyche ist es eine Beleidigung, weil es dann nämlich dagegen geht, dass ich sie verarsche. Das mag ja sein, dass es in ihrer Psyche, aber es ist offensichtlich, dass ich sie verarsche. Ja, aber trotzdem ist es offensichtlich. Verstehst du das? So. Wir rufen Sommerger an, rufen den Sommerger an, bei mir würden die Leute lachen. So, wir sagen, ja, da hast du ja recht. Die Person würde einen roten Kopf kriegen und den Raum verlassen, aber sie könnte arbeitsrechtlich nichts machen. Aber ich gehe doch von der Minderheit aus, die sich beschwert. Ja, sie kann sich ja beschweren. Transgender. Bloß die Leute in der Personenabteilung, die würden auch lachen, würden sagen, wie hat er sie genannt? Der muss ja blind sein. Weißt du, sie wird dann von den Leuten, die was zu sagen haben, dann gemobbt. Ja, ich würde sagen, das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Ja, unvorstellbar, oder? Er hat mich so eine Bohnstange genannt. Ja, verkehrte Welt. Eigentlich hätte er sie Blob nennen müssen. Pixi, ich kenne keinen Podcast, der so ekelhaft und asozial ist wie dieser, aber es gefällt mir. Spotify exklusiv. Wir werden niemals Werbepartner von irgendwas kriegen. Xiaomi können wir uns jetzt auch. Gut, die verstehen uns nicht. Also Leute, kauft Xiaomi-Geräte. Endgeräte sind richtig geil. Ich habe einen Sackroboter, der fährt mir jeden Tag über die Nudel. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, war das Hate Speech von uns, haben wir wieder Leute diskriminiert. Wie gefällt euch das? Diskriminiert ihr selber, Leute? Zeigt ihr mir. Ich glaube, uns schauen mittlerweile Leute, die auf andere Leute zeigen. Und so einer möchte ich nicht sein. Es hat sich in eine Richtung, wir müssen, Pixel, wir müssen uns ändern. Wir müssen anders, wir müssen uns ändern. Es kann nicht sein, dass wir so. Wir müssen mehr Liebe verbreiten. Ja, pass auf, ich habe richtig viel Liebe. Pass auf. Du kannst mal PNL sehen, guck mal. So gut, ich wollte, ich könnte jetzt noch eine Stunde locker labern, aber wir machen jetzt einfach Schluss. Eine Stunde 20 Show fürs neue Jahr reicht eigentlich. Die uns hören, hassen uns und die uns noch nicht gehört haben, werden uns noch hassen. Versteht? So. Ich bin raus, ohne Applaus. Hast du dir heute schon einen runtergeholt, Pixel? Heute auch nicht, nein. Das ist mir zu privat. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017